Modernes Unterrichten geht ganz einfach. Entdecken Sie die neuen digitalen Unterrichtspakete von Ernst Klett Sprachen. Im digitalen Unterrichtspaket stehen das Kurs- und Übungsbuch, das Lehrerhandbuch, alle Mediendateien und noch mehr Zusatzmaterial klickbereit zur Verfügung. Das ist ideal zur Vorbereitung zu Hause und zur Präsentation mit Whiteboard oder Beamer im Unterricht. Das digitale Unterrichtspaket steht nach Aktivierung in der Klett Sprachen App zur Verfügung. So können Sie es bequem auf Ihrem Tablet oder Computer nutzen, online oder offline. Und so einfach geht's. Mit einem Klick auf das Vorschaubild öffnet sich das gewünschte Kapitel. Mit der Navigationsleiste blättern Sie im Buch vor und zurück. Sie können natürlich auch scrollen. Hier können Sie wählen, wie Sie die Seiten darstellen möchten, zum Beispiel als Einzelseiten oder Doppelseiten. Mit einem Klick können Sie Audios abspielen und sich bei manchen Titeln sogar die Transkriptionen anzeigen lassen. Aufgabe 3a Kommst du aus München? Nein, ich komme aus Spanien. Aber ich wohne in München. Genauso bei den integrierten Videos. Hallo, ich bin Daniel. Ich komme aus Hamburg. Ich wohne jetzt in München. Ein Stiftsymbol neben einer Übung bedeutet, hier können Sie die Übung in einem neuen Fenster öffnen und bei manchen Titeln sogar die Lösung einblenden. Wollen Sie eigene Bearbeitungen einbauen? Das geht ganz einfach, wenn Sie zur Werkzeugleiste wechseln. Hier stehen Ihnen viele Werkzeuge zur Verfügung. Wir zeigen Ihnen einige Beispiele. Heben Sie wichtige Wörter oder Passagen mit dem Marker hervor. Oder unterstreichen Sie einzelne Wörter. Mit dem Freitext-Werkzeug können Sie eigene Texte einfügen. Und mit dem Notizen-Werkzeug ganz einfach Ihre Anmerkungen festhalten. Zum Verdecken bestimmter Textpassagen steht die Maskieren-Funktion zur Verfügung. So lassen sich die Inhalte Stück für Stück aufdecken. Außerdem können Sie eigene Audio- oder Videodateien aufnehmen und einfügen. Und mit einem Klick eigene Links einbauen. Alle Bearbeitungen können Sie jederzeit in der Cloud speichern und dann auf einem anderen Gerät wieder abrufen. Der Index und die Miniaturansicht sind praktisch, wenn Sie direkt zu einem Kapitel oder zu einer bestimmten Seite navigieren wollen. Weitere Materialien wie beispielsweise das Lehrerhandbuch, Kopiervorlagen oder Transkriptionen können Sie im Bereich Zusatzmaterial laden. Übrigens, das digitale Unterrichtspaket in Ihrer Klett-Sprachen-App können Sie auf verschiedenen Geräten nutzen. Zum Laden der Inhalte und zum Speichern von eigenen Bearbeitungen benötigen Sie eine Internetverbindung. Danach können Sie natürlich auch offline mit dem digitalen Unterrichtspaket arbeiten. Haben Sie Fragen? Dann besuchen Sie unsere Website www.klett-sprachen.de slash digital Tal.